Herzlich willkommen auf LH Cyber Security und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute das Web Interface vom Wi-Fi Pineapple Mark 7 an und wir schauen uns eben auch an, was für Funktionen bis jetzt schon enthalten sind und die ganzen Menüs bis ins Detail. Vielleicht überspringen wir manche Details, wenn es zu lange wird, aber ich versuche euch die wichtigsten und besten Sachen zu zeigen und bei dem einen oder anderen halt dann eben ins Detail zu gehen. Gut, wir gehen auf den Wi-Fi Pineapple über den Browser. Davor müssen wir entweder übers WLAN verbunden sein, hier, oder eben, ich habe ihn jetzt direkt über USB-C an meinem PC angeschlossen, deswegen ist hier eine LAN-Verbindung angezeigt und ja, wir sind jetzt halt so drüber drauf. Zwei Möglichkeiten, ich habe die Kabelgebundene gewählt, aber es ist egal, welche ihr da nehmt. Gut, dann rufen wir die IP-Adresse auf. Hier, die habe ich jetzt schon aufgerufen. Laden wir mal nochmal neu. Dann müssen wir unseren Benutzernamen eingeben und unseren Passwort. Das legen wir bei der Konfiguration fest. Die zeige ich euch eventuell wann anders, aber ja, wir schauen uns heute erstmal das Interface an. Gut, dann landen wir hier, das ist das Dashboard, nenne ich das jetzt einfach mal. Okay, hier steht es auch. Hier sehen wir genau die CPU-Auslastung des Wi-Fi Pineapples, den Arbeitsspeicher 11% und der Speicherplatz, der schon verbraucht wurde. Dann sehen wir, wie viele Klienten schon connected waren, also wie viele Nutzer und wie viele SSID, also WLANs, schon gesammelt wurden. 6 Stück und hier sind halt 0 Grad offen und hier ist jetzt auch einer hat sich gerade verbunden. Lustig, war glaube ich nicht mal ich. Ja, wir werden sehen. Also ich habe es schon mal aktiviert, aber schauen wir uns mal weiter. Hier haben wir mal Notification, die haben wir hier oben auch. Und dann sehen wir hier auch die Wi-Fi Landscape, also welche Wi-Fi in der Nähe sind. Und hier können wir auch auf Get News klicken, dann sehen wir, was gerade in der Wi-Fi Pine Apple Community gerade abgeht. Ja, hier sehen wir halt Welcome und bla bla bla. Genau, hier sehen wir dann die connecteden Klienten mit MAC-Adresse und IP-Adresse und wie lange sie schon connected sind, dann können wir sie hier rausschmeißen. Und hier haben wir sogenannte Kampagnen, das sind einfach Voreinstellungen, die immer ausgeführt werden, ja, wenn wir sie wollen oder wie wir sie halt eingestellt haben. Genau, dann kommen wir zu den Kampagnen. Das ist hier der zweite Reiter. Ich mache das hier mal ein bisschen größer, dann steht es auch nochmal da. Das kann man ausklappen. Und hier können wir zum Spaß mal eine erstellen. Wir schauen uns noch die Reports an. Hier ist jetzt auch noch nichts. Genau, erstellen wir uns mal eine Kampagne. Die nennen wir einfach Test. Und hier können wir dann sagen, Recon and Sense, Monitor only. Das heißt, er schaut nur zu, was gerade passiert. So, macht gar nichts. Und ja, man merkt ihn gar nicht. Wir können jetzt hier Passiv auswählen. Hier sammelt er schon ein paar Informationen, aber tut auch noch nicht aktiv ins WLAN eingreifen. Er schaut sich das Ganze nur mal an und speichert die Daten. Bei aktiv wird dann eingegriffen. Das heißt, er holt sich WLAN-Namen und tut die eben dann wieder faken zum Beispiel. Das können wir hier einstellen. Wir schauen jetzt mal an, wie es für aktiv ausschaut. Hier wird immer gescannt, also die Monitor-Funktion, wie oft die durchgeführt werden soll. 30 Sekunden, 30 Minuten. Und hier können wir die passiven Optionen einstellen. Zum Beispiel, dass er alles eben lockt. Und so weiter. Schauen wir uns aber in einem anderen Video genauer an. Und hier die aktiven Optionen sind zum Beispiel Allow Association. Das heißt, er erlaubt, dass andere Geräte sich verbinden dürfen mit dem Wi-Fi Pine Apple. Enable Bacons Response, dass er eben so tut, als wäre er hier. Und die Leute oder den Geräten sagt, ja hier, ihr könnt es euch verbinden mit mir. Und SSID Broadcasting ist zum Beispiel, wenn er sich als ein anderes WLAN ausgibt, also sozusagen so genannten Fake Access Point, der auch ziemlich bekannt ist. Das können wir hier eben auch auswählen. Und er kann halt auch ganz viele Fake Access Points machen. Also er könnte jetzt hier alle WLANs in meinem Bereich simulieren. Und ja, dann denken die Handys halt von den Leuten im Umfeld, ja, das ist der richtige Router. Aber in Wirklichkeit locken sie sich gerade im Wi-Fi Pine Apple an. Genau. Aktivieren wir einfach mal. Dann haben wir hier die Allow List und die Nail List. Finde ich ein bisschen verwirrend am Anfang. Aber wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es relativ einfach. Also wenn es hier auf Allow List steht, dann sind hier alle MAC Adressen, die da drin sind, sind erlaubt und alle nicht. Und wenn es auf den Nail List steht, dann ist es halt alles, was hier drin steht, alle MAC Adressen, die hier drin stehen, ja, verweigert. Die dürfen nicht drauf. Und der Rest darf eben drauf. Also wenn ihr wollt, dass alle sich connecten, lasst es einfach auf den Nail List und tut keine MAC Adressen rein. Dann können sich alle connecten. Genau. Dasselbe gilt halt für SSID. Hier würde ich auch wieder einfach, so wie ich es euch gerade erklärt habe, SSID sind die WLAN-Namen und nicht die Geräte. Wie vorher. Und ja, dann können wir die Kampagne aktivieren. Und ja, wir können uns aussuchen, wie lange ein Report oder wie oft ein Report gespeichert werden soll. Gut. Ja. Zack. Dann können wir uns noch aussuchen, wie der Report ausschauen soll. Ähm, ja, wir machen das hier mal auf 5 Minuten, dann haben wir das vielleicht später. Dann können wir hier noch aussuchen, wie der Report ausschauen soll. Äh, entweder halt im JSON-Format, so wie hier. Oder im HTML-Report. Wir können auch beides nehmen, auch relativ cool. Und ja, dann können wir noch sagen, wo es gespeichert werden soll, unter Root Loot. Und das passt uns. Und dann einfach Next. Und hier können wir auch cooles Feature, feier ich übelst, ähm, uns sagen, ja, hey, wir brauchen, wir wollen das jetzt hier auf die E-Mails senden lassen. Und dann schickt er das uns auf die E-Mails, die Reportings. Genau. Dann können wir sogar auch noch ein mega cooles Feature, eine Cloud aktivieren. Das wir eben über, ähm, das Internet auf unseren Wi-Fi Pineapple zugreifen können. Aber das ist ein bisschen komplizierter und das werden wir, da werde ich ein extra Video drüber machen, eventuell. Schauen wir mal. Genau. Das ist heute nicht der Ding. Und dann startet die Kampagne. Dauert kurz. Und das grüne Zeichen heißt, ja, die Kampagne läuft gerade. Also, alles, ja, ist halt aktiv. Genau. Dann schauen wir mal, die Reports, gibt es noch keine. Dann kommen wir an die nächste Kategorie, Recon. Ähm, hier Recon heißt so viel wie, ja, Fernrohr. Also, wir schauen uns die Umgebung an, Daten sammeln und sowas, welche WLANs in der Nähe sind. Hier, schauen wir auch mal. Und wir können hier auch einstellen, wie oft er das machen soll. Oder in welchem Intervall er das machen soll. Und, ja, schauen wir mal. Ich klappe mal meine Antenne hoch. Ja, gut. Jetzt sehen wir hier die ganzen WLANs in meiner Nähe. Und wir sehen halt hier auch die MAC-Adresse, den Namen, also den SSID, welcher Hersteller, ob die WLANs offen sind oder welche Verschlüsselung. Und wir haben jetzt hier ziemlich viele offene. Denkt ihr euch so, ja, okay, wieso sind jetzt hier bei ihm so viele offene? Ganz einfach, weil wir ja vorher die Kampagne schon gestartet haben und er gerade alle WIFIs klont. Und, ja, das sollten wir vielleicht wieder deaktivieren. Mache ich gleich, weil ansonsten, das wäre nicht so erlaubt. Also, kurze Zeit ist es schon okay, aber macht es nicht länger. Genau, jetzt erkläre ich euch das noch und dann tue ich das deaktivieren, damit hier keiner irgendwas sagen kann. Hier sehen wir noch die Signalstärke. Und hier, wann der Router zuletzt gesehen wurde. Dann sehen wir hier auch noch immer, welche Geräte mit dem Router verbunden sind. Also, hier Routy 3, das ist jetzt meiner. Hier sehen wir einen Haufen Xiaomi-Geräte sind verbunden. Wir können draufklicken und die zu unserem Filter hinzufügen oder deauthenticaten. Das heißt, sie vom Router runterkicken, dass sie vielleicht mit dem Fake Access Point connecten zum Beispiel. Dann können wir auch noch hier Handshakes captchern. Da macht die Deauthentifikation auch Sinn. Dann kriegt man eben leichter den Handshake und hier auch den SSID zum Fake Access Pool dazutun. Das erkläre ich euch später, wie das dann genau funktioniert. Genau, also wie gesagt, hier die ganzen Geräte. Dann haben wir hier auch noch verschiedene Ansichten. Das wären jetzt die einzelnen Router. Hier haben wir dann auch noch die Signalstärke, nochmal in DBM. Und hier haben wir, finde ich ganz cool, eine Beta-Best, also es ist noch eine Beta-Funktion. Hier sehen wir die ganzen Router, grafisch dargestellt oder hier richtig schön, wie im Weltall, können wir uns hier durchs WLAN durchforsten. Hier das ist jetzt meins. Und hier sind halt die anderen. Und diese kleinen außenrum sind halt die Geräte. Das ist echt cool. Ich hoffe, das Feature bleibt drin. Und ja, jetzt machen wir die Kampagne mal wieder aus. Wir wollen hier ja kein Ärger. Genau. Dann können wir, sehen wir hier die Handshakes bei Scanning. Haben wir jetzt natürlich keinen gemacht. Und wir sehen jetzt hier auch nochmal, wie viele Access Points das waren und wie viele sich verbunden haben. Genau, hier werden die Logs auch gespeichert. Die können wir auch herunterladen. Und ja, oder halt löschen. Genau, kommen wir jetzt zum Wi-Fi-Hacking-Seite, sage ich jetzt mal. Wir haben sie es genannt. Ja, Pine AP, also Fake Access Point, sage ich jetzt mal. Und ja, hier sehen wir eben unser SSID-Pool. Also alle, die er im Netzwerk eben gefunden hat, also die bei mir in der Nähe sind, die werden hier reingespeichert. Und dann können wir entscheiden, was mit diesem SSID-Pool gemacht werden soll. Wir haben hier auch wieder diese drei Modis, einmal Disabled. Hier macht er gar nichts. Dann Passiv, einfach nur schauen, was so in der Umgebung ist. Event Logging und SSID-Pool Collection. Also hier dieses Pool hier erweitern mit den ganzen neuen WLANs. Und hier haben wir dann auch noch den aktiven Modus. Hier werden eben auch wieder SSID geloggt. Event Logging und hier wird eben sich halt noch als wäre anders ausgegeben mit dem Pool Broadcasting. Okay, das ist hier halt dann schon so in der Grauzone. Das sollte man nur mit Erlaubnis machen. Und dann klickt man hier auf Save und dann ist das schon aktiviert. Oder Advanced. Hier können wir selber unsere Sachen einstellen, was wir wollen. Hier eben nochmal das alles, was ich euch gerade erklärt habe. Nur halt selektiv. Also das halt manche kann man ausschalten, wie man es halt gerade braucht. Nicht so vorgefertigt wie bei Aktiv und Passiv. Und wir können hier auch Auto starten. Also immer wenn der Pineapple an Auto starten, an Strom angeschlossen wird, können wir hier den Access Point oder startet sich dieser Modus eben. Genau, dann können wir hier die Bacon Respond Intervall einstellen. Das ist dann entweder Normal, Low oder Aggressive. Braucht natürlich dann auch mehr Rechenleistung und Strom. Und hier den Pool oder Broadcast Intervall hier, dass die WLANs eben simuliert werden. Dann können wir hier die Target MAC Adresse auswählen und die Source MAC Adresse. Und ja, dann können wir hier auch sehen die Klienten. Hier hat sich jetzt noch keiner geconnectet. Dann die Klienten, die verbunden waren. Und zu welcher SSID sie sich verbunden haben. Also da dieses Gerät hat sich jetzt zum MyWLAN connected. Und dieses wurde halt gefakt vom Wi-Fi Pineapple. Und dasselbe gilt hier dieses Telekom Phone. Dieses Gerät hat sich zum WLAN Telekom Phone connected. Genau. Jo, dann haben wir die Filter. Die habe ich euch ja schon vorher erklärt. Jetzt gehe ich jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Und eben die Logs. Hier sehen wir dann, dass eine Probe gesendet wurde. Und ja. Hier haben wir noch die Enterprise Version. Da können wir eben uns halt wie Firmen ausgeben. Und müssen das halt hier, können wir ein Zertifikat generieren. Gut. Dann kommen wir zu auch einem weiteren interessanten Punkt. Module. Hier habe ich mal zwei für euch installiert. Einmal Evil Portal. Das können wir uns eventuell auch noch genauer anschauen. Und das wurde vom Yubi 3 programmiert. Genau. Das können wir hier einfach alles nachträglich hinzufügen. Das ist von Anfang an nicht installiert. Und hier den HTTP Peak. Genau. Schauen wir uns mal anders an. Hier können wir dann auf Manage klicken. Und Available Module holen. Einfach hier dann auf Installieren. Hier gibt es noch vier Stück. Nmap zum Beispiel. Werdet ihr vielleicht auch kennen. Können wir uns hier installieren. Das dauert ein bisschen. Und dann erscheint es hier. Hier haben wir dann noch so eine Pinnnadel. Da können wir das hier an der Seite anpinnen oder wegpinnen. Genau. Dann haben wir hier noch den Development Bereich. Hier können wir dann einfach auf die Daten von Hack5 zugreifen. Wie man eben ein Modul entwickelt. Genau. E-Report. Falls das wer sehen will. Ich will das jetzt nicht schnell hier erklären. Weil das gehört nicht zur Standard Interface. Das wird halt nachträglich installiert. Aber so schaut es hier aus. Hier hat man dann so Fake Seiten. Facebook Login. Oder HTTP Peak. Hier kann man eben sniffen. Also zum Beispiel den Verkehr zwischendrin abhören. Und schauen was für Bilder eben das Gerät gerade sucht. Oder auf welchen Webseiten. Webseiten und so weiter. Gut. Dann schauen wir uns das hier oben nochmal an. Hier haben wir dann eine Hilfe bei den drei Punkten. Können wir hier noch Updates checken. Internet Connections. Das erkläre ich euch gleich. Logout. Reboot. Shutdown. Selbst erklärend. Und was auch cool ist. Wir können uns direkt über das Web Interface. Hier auf die. Auf den Pine Apple. Drausschalten. QMI. Okay. Den Buffet gibt es nicht. Komisch. Und ifconfig zeigt uns die ganzen Netzwerk Adapter an Interfaces. WLAN 2. Mon steht für Monitor Mode. WLAN 0. 0. 0. 1. Ethernet. Und so weiter. Also sind da ja auch drei Antennen. Deswegen gibt es hier so viele. Und ja. Wir können hier direkt navigieren. CD. LS. Und so weiter. Ihr kennt das ja. Das ganze Spiel. Finde ich gut. Praktisch. Um mal ein bisschen tiefer ins System einzugreifen. Habe ich tatsächlich auch schon gebraucht. Gut. Dann kommen wir jetzt zu den Settings. Hier müssen wir unsere Zeitzone festlegen. Oder unser Passwort. Unser Login Passwort. Ja. Selbsterklärend. Wir können auch hier auf Update Time Zone. Oder Sync Browser Time klicken. Dann macht er das automatisch. Das ist halt wichtig für die ganzen Logs. Hier hatten wir ein Button Script. Hier können wir ein Script schreiben. Und auf dem Save Script Button klicken. Und dann wird das ausgeführt. Also hier wird dann wahrscheinlich ein Reboot durchgeführt. Genau. Finde ich auch recht praktisch. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Dann die Resources. Hier haben wir halt eben unseren Speicher. Genau. Und ja. Hier haben wir auch noch die ganzen USB Busse. Die angeschlossen sind. Ganzen WiFi Adapter. Und ja Tools. Oder was heißt die Hardware oder Module. Die halt drauf gelötet sind. Oder eingebaut sind. Wurden halt im WiFi Pine Apple. Dann haben wir hier Software Updates. Hier können wir mal checken. Check für Updates. Ja. Wir sind auf der neuesten Version. Und hier haben wir das Web Interface. Das können wir auf Dark stellen. Finde ich auch ganz nice eigentlich. Falls man in der Nacht mal unterwegs ist. Was heißt mal. Also ich bin öfter in der Nacht unterwegs. Dann blenden die Augen nicht so. Oder blendet der Bildschirm die Augen nicht so. Genau. Hier haben wir eben diese Cloud Funktion. Da müssen wir so ein Interface hochladen. Oder eine Config Datei. Und dann können wir über die Cloud auf unser WiFi Pine Apple zugreifen. Ja. Fürs Video ist glaube ich Light besser. Sieht man es besser. Hoffe ich mal. Genau. Jetzt sind wir hier im Networking Einstellung. Hier können wir einstellen. Mit welchen WLAN unser WiFi Pine Apple eben Internet bekommt. Also so dass wir eben halt andere Nutzern die mit dem WiFi Pine Apple verbunden sind eben auch Internet zur Verfügung stellen können. Braucht unser WiFi Pine Apple natürlich erstmal selber Internet Verbindung. Und diese gebe ich ihm hier über meinen Router Routy 3. Und ja das ist schon hier so eingestellt. Wenn er verbunden ist fragt er natürlich nicht. Aber wenn er hier jetzt nicht verbunden wäre könnte man hier jetzt den Router auswählen und das Passwort eingeben. Damit er eben Internet Verbindung hat. Gut. Dann haben wir hier nochmal zwei Access also so WLAN Optionen. Also einmal mit dem Management Access Point. Also über den geht man normalerweise rein als Besitzer. Den habe ich jetzt einfach Fritz genannt. Und ja hier legt man noch das Passwort fest. Und hier über diesen Access Point also das ist dann WLAN. Das WLAN heißt Fritz. Kann man eben auf das Interface wo ich jetzt auch gerade drauf bin zugreifen. Und man könnte jetzt wenn man das ganz geheim machen will noch verstecken dieses WLAN. Genau. Oder halt eben diesen Access Point komplett deaktivieren. Dass man eben nur über USB drauf kann ohne diesen Access Point. Was ich aber umständlich finde. Dann hier der Open Access Point. Das ist eben dieser Access Point oder das WLAN wo jeder joinen kann. Deswegen habe ich das Free WiFi genannt. Und hier können wir auch den Channel auswählen. Und das Country. Den können wir auch verstecken falls wir das wollen. Und hier verbinden sich halt dann die Nutzer die zum Beispiel ein freies WLAN haben wollen. Und dann vielleicht in die Falle tappen sozusagen. Hier haben wir nochmal die ganzen Interfaces. Das habe ich euch ja vorher schon gezeigt in der Konsole. Und die IP Adressen und was die halt so können. MAC Adressen natürlich auch. Genau dann haben wir hier nur noch die Routing Tabelle. Für die Profis. Können wir uns auch anschauen. Und ja über die Konsole auch bearbeiten. Gut dann haben wir jetzt hier noch Advanced Settings. Hier können wir natürlich auswählen. Wollen wir jetzt in der Beta umsteigen. Mach ich ungerne weil das oft das System zerschießt. Oder eine Nightly zum Beispiel. Very unstable. Das sind halt die Updates die man lädt. Und ich bleibe gerne auf Stable oder höchstens Beta. Aber Nightly sind mir echt zu Risky. Weil ich habe schon mehrere Handys mit Nightly Betriebssystem kaputt gemacht. Deswegen bin ich da ein bisschen vorgeschädigt. Also meine Empfehlung wie auch hier steht Stable. Genau dann können wir hier die Experimental Features aktivieren. Das habe ich euch schon gezeigt. Das ist dieses wo man die ganzen WLANs in dieser 3D Ansicht oder Weltall Ansicht anschauen kann. Und hier die Hotkeys enabled. Die brauche ich nicht. Ich kann ja alles anklicken. Das geht schon. Ich muss jetzt hier nicht so super schnell durch das Interface navigieren. Außer ich mache hier ein Video in 3 Minuten für euch. Nicht Spaß. Ja. Sensor Chip. Was ist das? Ja genau hier wird halt dann deine MAC Adresse. Wie nennt man es ja? Hide. Also versteckt. Die MAC Adresse von dir kannst du hier verstecken. Ist auch noch Experimental. Deswegen lasse ich das mal lieber bevor hier irgendwas kaputt geht. Gut. Dann haben wir ja noch die Hilfe. Feedback und Support. Wo ihr ja eben Hilfe bekommt. Diagnostik. Können wir ja starten. Mach da halt schnelle Diagnostik. Ob alles läuft. Und die Lizenzen. Genau. Ja. Dann haben wir das ganze Interface durch. Ja. Hier haben wir jetzt auch nochmal das Dashboard. Jetzt sieht man hier grafisch schön dargestellt. Wie viele Open BLANs es gibt. Wie viele WPA2 Verschlüsselungen. Was für Access Points sind. Unassociated. Das sind halt Geräte die nicht verbunden sind. Also hier sind alle Geräte verbunden. Klienten. Die halt verbunden sind. Und ja Access Points. Oder rotes Auto French. Gut. Ja. Ich hoffe jetzt habt ihr einen riesen. Also ihr habt jetzt einen riesen Überblick bekommen. Ich hoffe es euch hat es gefallen. Ich war nicht zu lang und nicht zu langweilig. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Und ihr jetzt echt ins Detail mal blicken konntet. Was das Teil bis jetzt so drauf hat. Und dann gebt mir doch ein Like. Abonniert den Channel. Und ja. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Gerne in die Kommentare. Und ansonsten wieder wie immer. Happy Hacking. Wunderschöner Tag. Und bis zum nächsten Video. Peace. Peace. Peace.